Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Pokémon Show, oder wir spielen dieses Mal im Underused Tier. Seit gestern sind ein paar Pokémon vom Oyo ins Yu-Yu-Tier getroppt und deshalb dachte ich mir, wir probieren diese mal aus, denn Mausold, Lock, Kicks, Orswarm und Despoter sind ins Yu-Yu-Gedroppt. Der Oyo-König Despoter ist ins Yu-Yu-Gedroppt. Und diese Maschine war stärkste Pokémon in der dritten und fünften Generation, dass dieses Ding überhaupt ins Yu-Yu kommt. Unvorstellbar. In der letzten Generation war ich ja auch ein Monat im Yu-Yu-U und dann nicht mehr. Aber ja, das ist wirklich unvorstellbar, dass dieses Pokémon in Yu-Yu-U ist. Aber ich dachte mir, wir spielen einfach ein offensives Team, ein Trau-Hauf-Team, denn ich wollte diese vier Pokémon im Yu-Yu der neunten Generation probieren. Dazu haben wir noch einen Gengar, soll andere Choice-Garforts bieten und dann haben wir noch einen Bishop, denn es ist vom NFE ins Yu-Yu-U gekommen. Und wir finden heraus, ob das verdient ist. Aber Mausholt. Warum ist Mausholt eigentlich im Oyo gewesen? Einfach wegen der Attacke Population Bomb. Base Stärke 20 und sie kann bis zu 10 Mal treffen. Also sie trifft immer 10 Mal, aber zu 10% kann sie daneben gehen. Also Base Stärke 200, wenn sie 10 Mal trifft, dann Plus Step, also Base Stärke 300, einfach in 10. Aber das kann man natürlich mit einem Rocky Helmet dodgen und da stirbt Mausholt sowieso. Dieses Pokémon hat wirklich keine gute Coverage, außer bis auf Yu-Turn, was sehr schön ist und Tidy Up. Tidy Up sorgt dafür, dass unser Angriff und Speed steckt und dass alle Delegatoren und Hazards auf dem ganzen Feld entfernen werden. Eine sehr gute Attacke, auf ein paar anderen Pokémon wäre die Attacke sicher broken. Aber auf jeden Fall kann es noch bis für Geist-Pokémon und Yu-Turn für die Switch Attentage. Wir spielen ein interessantes Item, nämlich die White Lands. Dieses Item sorgt dafür, dass die Treffsicherheit von Attacken um 10% gestiegen wird. Also der Population Bomb eine Genauigkeit von 99, also müsste sie eigentlich immer treffen. Wir haben einen sehr guten Speed, Base Speed 111 ist gut, der Angriff ist okay mit 250, aber es outspeedet wirklich sehr viele Puppen. Dann, Logsick, Logkicks, wir nennen es einfach mal Logkicks. Das Pokémon war auch in Oyo, ist ins Yu-Yu getroppt, aber warum war dieses Pokémon so gut? Es hat die Fähigkeit hinterlässt, die sorgt dafür, dass Taken, die nicht so effektiv sind, normal effektiv sind. Und es hat der First Impression Sucker Punch mit 2 Prio, dann hätte es zum Beispiel noch Ace Kicks, ist Big Lost Combat. Aber wenn sie daneben geht, bekommst du 50% Schaden, eigentlich wie High Jump Kick. Genau, wie High Jump Kick. Und Schwertanz. 303 Angriff, First Impression Sucker Punch. Treffen wir immer neutral mit Leben, macht das Ding schon guten Schaden. Dann haben wir noch Earthworm. Physisch defensiv, dieses Ding tankt auf der physischen Seite insane sehr viel, aber auf der speziellen Seite jetzt nicht so viel. Man könnte sagen, das bessere Onyx, wäre Onyx vom Stahltyp und hätte es Schätzel, wäre es genauso gut. Aber warum ist dieses Pokémon im Oyo gewesen? Erstens, es kann Hazards legen, aber der Grund, warum es so gerne gespielt ist, ist Schätzel. Die Attacke sorgt dafür, dass wir 50% unserer HP verlieren. Und dafür wechseln wir raus in ein anderes Pokémon und dieses Pokémon bekommt ein Delegator. Wir haben ja jetzt, wir haben ja vier Setup-Pokémon. Dazu trägt es nochmal die Situs-Behre, dass wir safe ein Schätzel rausholen können. Also, wenn ein physisch offensives Pokémon drin ist, können wir 100%ig eigentlich immer Schätzel drücken. Und es hat die Fähigkeit EarthEater, die sorgt dafür, dass Bodenattacken uns nicht treffen können. Man könnte sagen, es ist wie eine Schwebe. Und wir haben zwei Schwebe-Pokémon, nämlich Gengar auch. Aber dann haben wir noch einen Drachentanz, Despotar, ich würde sagen, mal froh. Es kann Steinkante, Dragon Dance, Starsrock und Ikkyo. Ich habe gesehen, wir brauchen Crunch nicht, deshalb können wir die Tarnsteine spielen. Wir nennen die Lumberry. Wenn du so ein Pokémon verbrennen willst oder paralysieren willst, hilft das dem Gegner gar nichts. Den Sandsturm können wir auch nochmal rausholen. Hitte drei Pokémon von uns und drei Pokémon nicht. Aber ich denke, Despotar kann auf jeden Fall etwas leisten. Wenn wir jetzt zum Beispiel Shetheldrücken und Despotar reingehen oder in Bishop zum Beispiel, ja, dann heißt er vielleicht sogar GG. Dann haben wir noch Gengar. Ich wollte ein Pokémon, das Choice Garfort bietet und wir haben vier Kampfschwächen. Holy shit. Deshalb haben wir Gengar rein, eine Kampfimmunität. Man muss sich dagegen immer überlegen, will ich jetzt in dieses Pokémon eine Kampfattacke drücken. Er könnte ja Gengar reinholen. Es können auch nochmal die Toxic Spikes. Also haben wir alle drei Hazards. Die beliebtesten Hazards, Toxic Spikes, Tarnsteine und Stackele. Und so gut er lässt, haben noch einen Bishop. Und ach ja, Gengar ist auch ein guter Rapid Spin Immune. Also Rapid Spin wirkt gegen dieses Pokémon nicht. Und wenn ein Pokémon auflockern drücken will, haben wir dafür Bishop mit Sucker Punch, Iron Head, Night Slash und Schwertanz. Wenn der Gegner gegen Bishop auflockern drückt, steckt er uns Angriff um zwei Stufen und dann können wir mit Sucker Punch auf jeden Fall gut Schaden rausdrücken. Das ist auf jeden Fall unser Team und ich werde gleich den ersten Gegner suchen. So, der erste Gegner hat Lockhix, Neuvern, Gastrodon, Serena, Pumluff Klon und Orswarm. Gut. Wir liegen gleich mit Maus-Soul, denn wo ist sein? Okay. Das Pokémon kann ich nicht drücken. Dann gehen wir mit der Jutern raus. Passt. Und wir gehen in Orswarm. Ach ja, dieses kann ich Iron Defense drücken. Ist das ein Problem für uns? Wir haben spezielle Pokémon, eigentlich jetzt nicht so wirklich. Wir drücken Dele Shet-Hill. Sind wir schneller? Ich hoffe nicht. Tarnstern, okay. So kann man es ausspielen. Wir haben Citrus Berry, das wir nochmal rausholen können. Und wir haben nur ein spezielles Mon, in dieses gehen wir gleich. Und wir drücken gleich Spukball. Toxic Spikes könnten wir auch drücken. Und dies werden wir auch tun. Perfekt. Sehr schön predicted von uns. Okay. Iron Defense, Death Rock Protect. Okay, wir sind jetzt auf die Attacke gelockt. Damn it, das war dumm von mir. Okay, das war richtig dumm von mir. Wir gehen in Lockhix. Er kann in Neuvern rausgehen. Hm. Drücken wir Sucker Punch. Wir könnten eigentlich immer First Impression drücken. Wir drücken einfach mal First Impression. Wie gesagt, ich habe mit dem Team noch nie gespielt. Ob das Team gut ist, ist der eine andere Frage. Gänger. Ähm. Ja gut. Das ist die Stärke von Lockhix anscheinend. Freut mich. Freut mich, dich kennenzulernen, Lockhix. Tipp, auch wenn du eine Choice Band spielst, spielt immer First Impression darauf. So. Dieses Pokémon ist schneller. Wir gehen auf Sucker Punch. Kann ich sich setupen, dieses dumme Ding? Nein. Wir müssen hier nicht eigentlich Spukball immer drücken oder Matschbombe. Matschbombe. Könnten wir auch drücken gegen das Gastro-Warn. Müssten wir ein bisschen aufpassen. Maus holt. Wäre langsamer. Hm. Wir gehen in Gänger und drücken jetzt einfach mal Spukball oder Matschbombe. Spukball wäre hier... Ach, wir gehen auf Matschbombe. Wir könnten auf Gastro-Warn, wie gesagt, eine Poison bekommen. Das ist mir lieber, dass ich auf Gastro-Warn eine Poison bekomme. Und dass wir Save-Sarina besiegen. Vielleicht ist das irgendein so ein Balki-Sarina. Das soll Orth-Warn zum Beispiel tun mit Shed-Tail. Okay, wir sind sogar schnell durch den Choice-Graf. Ja, wie gesagt, durch den Shed-Tail soll Orth-Warn einen Delegator rausholen. So, okay. Wie gesagt, Matschbombe, vielleicht eine Poison bitte? Schade. So, Orth-Ein gegnerisches Orth-Warn hat es noch 96%. Also wechseln wir hier raus in unser eigenes Orth-Warn und werfen das Pokémon ab. Das bringt uns eigentlich gar keine Value mehr. Oder denn wir haben natürlich Predicted, dass dies passiert. So, wir sind schneller als den Gastro-Warn. Wir gehen auf Buddy-Breath. Müssten eigentlich noch immer noch guten Schaden machen. Ja, 37% Chip. Er will die Spikes rauslegen. Kann er machen. So, mit Buddy-Breath killen wir ihn jetzt in der nächsten Runde. Das ist sehr schön. Wir haben Choice-Graf-Gänger. Müssen auf First Impression von dem Pokémon aufpassen. Aber sonst... Ja, Scream-Tail. Hey, Buddy-Breath. Mhm. Wir gehen auf Heavy-Slave. Dass dieses Orth-Bomb auch hier so viel wiegt. Das hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Wish Scream-Tail. Okay, dann hol mir die Spikes raus. Wenn er... Ja, der wird jetzt... Nein, ich... Okay, das... Interessant. Okay, das... Scream-Tail stirbt ist und wir gehen auf... Heavy-Slam. First Impression tanken wir und können mit Heavy-Slam ihn besiegen. Nein. Hätte Buddy-Breath mehr Schalen gemacht, bin ich mir... Ich glaube schon. Leech-Life. Okay. So. Der kann jetzt eigentlich nur Sucker drücken. Und... Wow. Das ist gerade ein kleines Problem. So, wir gehen die Maus holen und drücken Tidy Up. So, der wird jetzt auf jeden Fall Sucker-Punch drücken. Da bin ich mir sicher oder auch nicht. Hat der das predicted oder was? Wir gehen den Bishop und drücken Iron Head. Hat der dies... Hat der dies gerade predicted? Ja. Oh, aber wir tanken auf jeden Fall von diesem Ding etwas. So, Bishop, mach guten Schaden, killt das. Okay, wir sind sehr Low-Kicks-Week. Wirklich, das hätte alles sehr effektiv. Wir müssten wahrscheinlich Bishop raustun gegen ein balkiges, balkigeres Pokémon. So. Die danzen wir hier, das ist die Frage. Wir gehen jetzt in Tyranitar oder gehen wir in Gengar. Wir gehen in Gengar und Terra-Kristallisieren uns und drücken Spukball. Macht doppelt so viel Schaden. So, Gastro hat auch nur noch 36%. Der tankt auf jeden Fall keinen Spukball von uns. Weg mit. Holy shit, wie er die Taki einfach gut tankt. So, gut, dann... Die... Ähm... Dragon Dance mir einfach mal. Earth Power macht guten Schaden. Wir gehen auf Earth Power. Auf EQ. Okay, das tankt auf der physischen Seite nicht. Dass Spukball so wenig Schaden gemacht hat, ist dumm. Wirklich sehr, sehr dumm. So, Osmum, das war auf jeden Fall sein richtiger Play. Ja, okay. Ich bin dumm. Wir gehen gleich in. Aber dieses Pokémon kann gar nichts gegen Gengar tun, merke ich gerade. Buddy Breath, so Spukball dem All, würde ich mal sagen. Starz Rock, so wie viel Despot hat es hängt? So, wir haben das Game, glaube ich, trotzdem verloren, oder? Disable. Okay, ich kann Earth Power nicht mehr drücken. Puh. Zum Glück haben wir den Kampf gewonnen. Puh. Ich... Wir merken, dass wir sehr low kicks weak sind. Und Osmum auch. Bishop sollte man hier definitiv austauschen. Gegen welches Pokémon. So ein spezielles Pokémon, das Lock-X... Mit dem Lock-X keinen nicht so viel Schaden macht. Bug, Poison. Obwohl, wirklich nicht physisch. Physisch defensives Pokémon, was gut speziell angreifen kann. Hm. Egal, wir probieren es jetzt nochmal mit dem Team. So, der nächste Gegner hat Fiaro, Slytherin, Slowking, Sandy Shocks, Bishop und Screamtail. Guuuut. Hm. So. Welche... Despot ist hier insane, finde ich? Und Iki und Stone ist alles neutral. Crunch wäre jetzt auch noch gut. So. Wir leaden mit... Ja, kein Poison-Type-Beater. Wir könnten mit Gengar leaden. Wäre das gut. Hm. Wir fliegen mit Lock-X. First Impression, First Hand ist eigentlich... Immer gut. Probieren wir First Impression, ja. Ehrlich gesagt, First Impression, Choice Band ist... Klingt auch nett. Sind wir Elementor eigentlich? Nein. New-Turn macht einen Zehenschaden. Ich dachte, die Attacke wäre neutral, aber... Käfer gegen Käfer ist hier neutral. So, Tail and Flame, gut. Used to be Oyu. Hatte allen Oyu-Pokémon... Hatte allen Pokémon Oyu-Spitznamen gegeben. So, gehen wir in Tyranitar und D-Dancen hier einfach mal. Oder gehen wir in Orthworm. Hm. Maus holt jetzt langsamer. Wir gehen in Orthworm und drücken einfach mal... Shed-Tail. Warum nicht? Ich denke jetzt nicht, dass dir mehr als 75% Schaden... No way! Genau, 50%. 0,1% hätten wir mehr gebracht. Aber... No way! Wer spielt... Wer spielt spezielle Fiaro? No way! Was? Nein. Nee. Data? Tail and... Tail and... Flame... No way! Kann man sogar spielen. Spielt man das wegen Oswim? Wirklich no way! So, wir... Dragon Dancen hier einfach mal. So, wir sind schneller und drücken Stone Ash. Sollten wir uns... Ach, egal. Stone Ash einfach. Okay, dieses Ding ist irgendwie... Warum? Ich verstehe nicht, warum dieses Ding so bulky ist. Na, dieses Pum-Luft-Ding muss ich auch mal ausprobieren. Zum Glück treffen wir zwei Steinkanten hintereinander. So, der ist Scarf. Der wird auf die Jutern gehen. Oder First Impression, gut. So, wir können Spikes rauslegen. Ihr habt ja gar keinen Defogger. Die Spikes legen wir also raus. Funky Magnet, okay. Ähm... Buddy Breath? Volt Switch killt uns. Slider Wing, okay, gut. So. Wir gehen in... Gengar und... Matschbomben hier? Nein, wir Shadowballen hier. Oder T-Ball. T-Beat-T-Ballton hier. Die Frage ist... Will er First Impression hier drücken? Die Attacke tankt mir sicher. Er geht in Bishop. Okay, T-Ball war hier eigentlich der beste Play hier. Und das ist Offensiv-Westen. Bishop, okay, gut. Ähm... Wir gehen in unser eigenes Bishop. Pursuit, okay. Wir gehen jetzt auf... Der kann sicher durchbruch. Das, da bin ich mir sicher. Wir gehen in unser... In unser... Ja, wie gesagt, wir haben kein Kampf-Switch in. Ähm... Everyone hält Flinch? Okay, der hat kein Angriffstag. So, wir gehen jetzt auf. Sucker. Macht noch weniger Schaden, lol. Hm, hm. Gut, hm... Spielt ja kein Sucker auf die Mon. Maus holt... Maus holt... Und Population Bomb? Wir haben ja auch nochmal Technik auf dem Ding. Bäm... 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 Aber... Was ist das für ein Fiaro-Set? Holy Shit. So. Lucky Magnet... Wie ist es... Als Funky Magnet... Ja, wir drücken weiter... Population Bomb. Seht ihr es? Das Pokémon wäre auch wieder gewonshottet, wenn wir nicht zu Brand worden sind. Es dauert sehr lang. Und... Sehr viel Text mitgeschrieben. Seht ihr, was ich meine? Das Ding! Sehr viele Leute haben gesagt, das Pokémon gehört gebannt. Mow you zumindest. Weil es so stark ist. Man sieht es eh. Es one-shottet alles, wenn es nicht verbrannt ist. Aber die White Lanes braucht es, finde ich auch wieder... Dass es... Zehnmal trifft. Aber man könnte Choice Band auch mal probieren. Es hat ja auch noch Techniker, was das Ding nochmal stärker macht. Das ist das Geile an dem Ding. Hm... Also Leute... Pokémon hat gestern ein Video rausgebracht... Indem er... Pokémon vorstellte, die gedroppt oder hochgestuft sind. Zum Beispiel... Klurak ist auch ins Jujo heruntergekommen. War klar. Aber jetzt will ich ein Sonnenzimmer ausprobieren. So... Wer geht denn dieses? Population Bomb them all, würde ich mal sagen. Bam! Aber stellt euch vor... Rocky Helmet und dann wäre dieses Ding schon tot. Future Sides... Okay... Warte mal... Wir können das Game aber auf jeden Fall noch verlieren. Das ist klar. Durch Sack und First Impression müssen wir ein bisschen aufpassen. So... Ice Beam... Okay... Gut... Ähm... Der hat noch... So... Müssen wir die Rocks legen? Das ist die Frage. Ich werde erst erst auf die Rocks legen. So... Wechseln erst nicht mit aus. Jawoll... Das war wichtig. Ice Beam Freeze wäre mir egal wegen der Lumberry. Aber... Jetzt ist... Dieser... Ist das Lighter Wing dead? Bishop hat noch etwas HP. Wir können hier auf EQ gehen. Sucker Punch vom Bishop werden wir auf jeden Fall tanken. Wir sind hoffentlich auch schneller als ein Bishop. Äh... Rocky Helmet. Da muss man aufpassen. Also... Es... Stell ich mir gut vor. Wenn... Protective Pets könnte man auf diesem Ding spielen. Wenn... Dieses Ding extrem gut in ein Tier ist. Dann... Spielt ihn auch nicht Rocky Helmet auf 2-3 Pokémon. Aber dann kann man auf Protective Pet auf diesem Ding spielen. Dann muss man wieder schauen. Welke Pokémon werden nicht getwooshottet oder gewonshottet? So... Wir lieben hier einfach mal mit. So... Sind wir schnell als Likerock Dusk? Ja... Hmmmm... Boom Burst Toxtricity müssen wir aufpassen. Hmmmm... Oswurm... Wir gehen hier einfach mal in... Mouse Hold? Wir lieben hier einfach mal mit Mouse Hold. Glefki... Okay... Gut... Da wechseln wir gleich in Oswurm raus. Oswurm ist es komplett... Egal... Ob dieses Ding... Ja... Ähm... Wie heißt das? Paralysiert wird? So... Ja... Komplett egal. So Spikes... Der will jetzt auch wahrscheinlich 2-3 mal Spikes rausholen. So... Die... Wir gehen jetzt gleich auf Schätze. Denn ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, Ob er Spike spielt oder gleich rauswechseln will. Shed Tail... Pass... Okay... Und apropos... Ihr müsst immer schon, dass ihr... Genaue KP-Anzahl habt, die durch 2 teilbar ist bei Oswurm. So... Wir... Gehen in... Hmm... Warte mal... X-Kick... Ist... Kampf... Ich will dieses High-Dragon-One-Shotten. Geht das irgendwie? Wie... First Impression... Nein... Deathlink-Leam haben wir auch nicht... Wir gehen in den Log-6 und drücken First Impression... Oder nein... X-Kick... Nein... Wir drücken First Impression... Okay... Klefki... Neutral ist die Attacke, oder? Ja... Egal... Passt schon... So... Der kann nichts gegen uns tun... Wie ist Dean hier? Oder hat der Deathlink-Leam noch? Er hat Flash-Kennen... So... Ist uns T-Wave egal? Das ist die Frage... Hm... Wir müssen das Ding sowieso killen... X-Kick... Macht guten Schaden... So... Leider ist dieses Ding nicht paralysiert... So... Nochmal X-Kick... Ähm... Oder gehen wir auf Sucker? Sucker... Denn wenn er jetzt in Mimikma geht... Ist unser Pokémon dead? Ja... Wie gesagt... So... So... Sucker Punch... Irgendwie gef... Gleski... Ja gut... So... Ähm... X-Kick... Oder? Nein... Ja... X-Kick... Irgendwie gefällt mir... X-Kick nicht so sehr... So Kategorie... Physisch... Power... X-Kick natürlich... Aber Loki könnte man spielen... Leech-Life... Aber nein... Dieses Ding hat jetzt nicht den höchsten Angriff... Da brauchst du schon einen guten... Letzten Angriff... Du triffst... Schön... So... Gegen dieses Pokémon... Können wir... Sucker Punch drücken... Okay... Aether Rock killt uns gut... So... Ähm... Okay... Passt... Ja... Das ist gut zu schaden... Heavy Slam killt das Pokémon erst... Wenn mir in Mi'kma... Mi'kma geht... Wäre das gut... So... Natürlich... Guuuut... So... Mousel wird es... Population Bomb... Mousel ist ja eigentlich auch ein Spinner... Was richtig gut ist... Asel Rock... Tank me... Und... Das müsste auch ausreichen... Ja... Ohne Screens wäre da auch ein One-Shot... Wahrscheinlich... Ne Roll hätten wir zumindest... 10-9 Ne Roll wäre auf jeden Fall da... So ist der Joy Scarf... Wir gehen... Auuuuf... Der... Ehrlich gesagt... Ist unser... Mousel insane gegen ihn... Er hat nur eine Prio... So... Bishop tankt die sehr gut... So... Der ist Scarf... Nehmen wir mal an... Sonst hätte der es nicht so reingeholt... Wir gehen hier auuuuf... Nightflash... Armor Roach... Perfekt predicted von mir denke ich... Kein One-Shot... Aber jetzt können wir Sucker drücken... Holy Shit... Ja wir drücken weiter Sucker... Der Sub muss zerstört werden... So... Wir gehen in Mouse Holds... So... Mimigma hat noch... Ist noch nicht der Sub zerstört worden... So Gengar... Mal überlegen... Wäre das... Der Play hier... Auf Mudge Bombe zu gehen... Ähm... Ich denke... Maus Holds ist hier trotzdem... Immer noch besser mit Population Bomb... Ich seh das... Dieses Poké... Ich seh das... Auch gewohnschottet werden... Das ist das Insane an diesem... Ma... Maus Holds... So... Mimigma... Das gefällt mir ehrlich gesagt... So... Wir zerstören jetzt... Byte... Big Technica Boost... Insane... So... Mal überlegen... Byte... Dass wir das zerstören... Gengar... Kann jetzt eigentlich dann... Alles... Mudge Bomben... Gegen dieses Toxtricity... Müssen wir jetzt... Sind wir mit... Zwei... Zwei Drachentänzen schneller... So... Jetzt will ich mal den Kalk anwerfen... Der sagte gleich... Wie schnell... Hydregan ist... Auf plus... Eins... Mit Scarf... Hydregan... Plus... Eins... Und Tyranita... Auf plus... Zwei... Wir haben hier ein... Entschuldige... Nature... Holy Shit... Meine Befürchtungen waren richtig... Ach... Dammit... So... Wir gehen jetzt einfach mal... Auf... U-Turn... Und gehen in Gangaden... Plus... Zwei Tita... Speed Tide... Mit einem Hydregan... Gut... So... Der wird jetzt... Auf... Shadow Sneak gehen... Wir gehen in Maushold... Perfekt... So... Und... Maushold kann mit beides Ding flinschen... Ja... Da wie gesagt... Hm... Okay... Ich dachte... Maushold kann 55%... Killen... Aber nein... Maushold hat keinen guten Angriff... Das dürfen wir nicht vergessen... So... Der Play... Hier... Ist... Maushold zu Opfern... Dann... In... In Tyranitar zu gehen... Und... Ich... Und einmal... Puh... Das ist schwer... Wir Population Bomben hier... Dark Pulse... Okay... Tyranitar ist hier... Immer der Play... So... Wir dedancen einmal ab... Das nehmen wir schnell... Als Toxtricity... Ja... Wir dedancen hier einmal ab... Und... Wir... Der wird jetzt wahrscheinlich... Den Normaltypen annehmen... Und wir gehen einfach mal auf... Der kann Schiff... Schiff... Oder? Egal... Wir gehen hier einfach mal auf... Die und killen den... Nice... So... Was will dieses Pokémon tun... Hydran könnte nichts gegen uns tun... Ja... Ich finde... Tyranitar einfach mal... Geil... Der ist ein speziell... Defensive Aval... Auch wenn... Der nicht geboostet ist... Was das Gute an dem Pokémon ist... So Leute... Aber ich denke mal... Das wird reichen... Für den Part... Ich habe ja die ersten 6 Minuten... Geredet... Warum die Pokémon... Vom... Oio und Uio gedroppt sind... Oder warum die im Oio waren... Besser gesagt... Mausold... Also... Ich kann verstehen... Wann der im Oio ist... Ich kann aber verstehen... Warum der ins Juju gedroppt... Ich kann mir... Ende der Generation... So Juju BL... Oder Juju vorstellen... Oder wenn der richtig insane ist... Oio... Aber wenn Steeltabs herumrennen... Kann der gar nichts... So wirklich... Gar nichts... Bekü... Wenn ich den mal... Wenn ich ein Team um den baue... Will ich Save Magnet Zone im Team haben... Denn der... Tread the Steel Types... Orthborn mit Shetail... Insane... Coole Idee... Für Game Freak... Mag ich... Setsusberry... Du wirst auf jeden Fall... Einmal Shetail... Immer rausholen... Rausholen können... Gegen ein... Physisch offensives Pokémon... Vielleicht sogar... Zweimal... Was aber wahrscheinlich... Nicht so... Wir haben... Wie gesagt... Zweimal schon... Mal Shetail... In einem Match rausbekommen... Wenn du jetzt nichts gegen den hast... Dann bekommst du... Zweimal raus... Aber immer mindestens einmal... Lockkicks macht... Insane Schaden... Mit First Impression... Choice Band... Lockkicks mit First Impression... Will ich immer noch spielen... Die den Serenator... Man hat gesehen... Dass das Ding funktioniert... Man könnte auch... Speziell Defensive spielen... Aber... Gibt es derzeit... Irgendwelche Sand Rush Pokémon... Die im... Enu... Oder Lower Sand... Sand... Rush... Lycanroc... Das ist das Problem... Nur dieses Pokémon... Und... Ja... Nicht so wirklich... Viele Pokémon... Oder... Excadrill... Excadrill... Ja... Mir gibt es wie gesagt... Nicht... Sein bester Partner... Ist nicht der... Gengar... Weil ich schon weiß... Im Jujo... Ist gut... Und Bishop ist vom NFE... Ins... Jujo... Hochgekommen... Und ich muss sagen... Das passt auch so... Es ist gut... Bishop ist immer nice... Aber ja... Leute... Ich hoffe... Dass euch der Park gefallen hat... Danke fürs Zusehen... Bis dann... Ciao...